Also, Rovi bietet eine ganze Reihe von Produkten an. Man sieht das ganz schön hier auf den vier Themenbereichen, die wir hier abdecken. Wir sind so etwas wie der größte Zulieferer für die CE-Industrie. Also von der Codierung der Inhalte über das Finden der Inhalte, das Kaufen der Inhalte bis zum Genießen der Inhalte, bieten wir im Prinzip alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Die IBC ist für uns besonders interessant für den ersten Bereich, den Bereich Creation, weil wir hier im professionellen Umfeld sind. Also wir sind zu 90 Prozent eine B2B-Company. Das heißt, hier finden wir die Fernsehsender, die Operator, also die Netzbetreiber, die Set-O-Box-Hersteller, CE-Geräte-Hersteller. Das heißt, wir sind hier genau in unserem Pool an Partnern, um unsere Produkte eben zu zeigen und auch natürlich neue Verträge zu machen. Also das Technologie-Highlight, was wir hier zeigen, ist DivX Plus Streaming. DivX ist ein sehr bekannter Codec in 500 Millionen Geräten. Und das war bisher eine reine Download-Lösung. Und jetzt bieten wir das komplette Paket an, also für Download und Streaming. Das ist etwas, was der Markt im Prinzip, was der Markt gewartet hat. Also Resonanz ist sehr, sehr gut. Es ist ein sehr hochwertiger Algorithmus. Qualität ist extrem hoch. Und es ist eben eine sehr bekannte Marke. Bietet endlich eine Alternative. Der Markt war nicht besonders groß für Streaming-Anbieter bisher. Und da erwarten wir uns, also jede Menge Feedback und jede Menge neue Produkte.